Herzlich willkommen zu unserem Kongress der Deutschen Lions 2022. Herzlich willkommen in unserer schönen Stadt Bonn. Bonn ist eine tolle Stadt. Sie ist innovativ, hier wurde Geschichte geschrieben und nach wie vor wird hier politisch gearbeitet. Wir als Lions haben eine innige Verbindung mit Bonn und das schon seit langem. Unser Kongress hätte in 2022 kaum eine schönere Heimat finden können. Wir freuen uns insbesondere in diesem Jahr mit Ihnen hier die Jubiläen der Lions feiern zu können. Die besten Wünsche zum Kongress der Deutschen Lions 2021 und eine herzliche Einladung an den Rhein. In diesem Jahr feiern wir Bonns 25. Geburtstag als Stadt der Vereinten Nationen mit dem zentralen Thema Nachhaltigkeit. Die Lions sind traditionell eng mit den Vereinten Nationen verbunden und ich hoffe, dass wir 2022 gemeinsam in Bonn vielfältige Facetten der Nachhaltigkeit erleben können. Kommen Sie 2022 nach Bonn. Wir freuen uns auf Sie. Nachhaltigkeit ist ein Thema, das unsere Gesellschaft bewegt. Sozial, ökonomisch und ökologisch. Darüber hinaus ist es ein Thema, das genau ins Herz der Dinge trifft, ins Löwenherz. Das ist quasi unser Motto. Wie Serve ist nichts anderes als mit Freude und Energie Dinge zu bewegen, Nutzen zu stiften, ein Nutzen, der trägt und bleibt. Genau das soll unser Kongress widerspiegeln. Reine Freude, die Welt nachhaltig bewegen, passt wie ein Schlüssel zu den Kongressthemen, die wir Ihnen anbieten werden. Aus Gesellschaftspolitik, aus Wirtschaft und Wissenschaft. Darüber hinaus zeigt es, wo wir Lions stehen. Wir engagieren uns mit Erfolg und mit Herz. Wir werden über Wissensvermittlung und Kennenlernen hinaus Freude auch vermitteln können, indem wir Ihnen Bonn in seiner Vielfalt und die Landschaft zum Genuss anbieten werden. Kommen Sie zum KDL. Sie sehen, auf unserem KDL hier in Bonn erwartet Sie ein wirkliches Mal. Hochkarätiges und auch ein nachhaltiges Kongressprogramm mit vielen interessanten und abwechslungsreichen Programmelementen. Aber auch für Ihre Freizeit haben wir ein umfangreiches und interessantes Programm für Sie entwickelt. Unter anderem hoffen wir auch, dass wir Sie nicht nur begeistern, sondern auch wirklich bewegen können. Wir freuen uns auf Sie, auf Euch, liebe Lions und liebe Leos, auf Eure Familien, auf Eure Freunde und natürlich auch auf Eure Gäste. Bis dahin wünschen wir Euch alles Gute und wir hoffen auch, dass Ihr alle gesund bleibt. Und wir sehen uns wieder bald hier in Bonn. Tschüss! Bis dahin wünschen wir uns, bis dahin wünschen wir uns. Bis dahin wünschen wir uns, bis dahin wünschen wir uns.